Peter, Dana und Philipp arbeiten gemeinsam an einem Projekt. Peter ist Produktmanager in einem mittelständischen Unternehmen. Danas Agentur entwickelt für Peter die Marketingkampagne einer neuen Produktreihe. Philipp ist Freelancer und für das Design der Kampagne zuständig. Da viele sensible Daten aus Peters Unternehmen herausgegeben werden, ist ihm die Kontrolle über den Zugang und der Verbleib der Daten im Unternehmen besonders wichtig. Dana möchte möglichst einfach mit Peter und Philipp Dokumente austauschen und dabei den Überblick behalten. Sie möchte alle Dokumente an einem Ort aufbewahren und Änderungen jederzeit nachvollziehen können. Da Philipp viel von unterwegs arbeitet, braucht er einen unkomplizierten mobilen Zugang und die Möglichkeit, neue Entwürfe auch von unterwegs abzuliefern. Mit File & Share können Projektteams effizienter miteinander arbeiten. Dokumente können kontrolliert ausgetauscht sowie Zugriffs- und Bearbeitungsrechte erzahlt werden. Ob über Laptop, Tablet oder Smartphone. Der Zugang ist von jedem Ort und zu jeder Zeit möglich. Mittels Offline-Synchronisation besteht auch ohne Internetverbindung stets Zugriff auf die aktuellsten Versionen der Dokumente. Mit File & Share verbleibt Firmenwissen auch beim Ausscheiden von Mitarbeitern im Unternehmen und für die nötige Sicherheit der Daten sorgt eine zuverlässige End-to-End-Verschlüsselung, die die Daten bereits vor dem Versenden verschlüsselt. Saperion File & Share – schnell, einfach, sicher.